Der Prinz des MLGs ist zurückgekehrt nach so einer langen Zeit. Ich wusste gar nicht, dass es ihn noch gibt. Ich dachte, nachdem ich ihn ausgelöscht habe, wäre er ihm für immer verloren gegangen. Doch er ist wieder zurück. Aber das kann ich nicht zulassen. Oder Klaus? Ich gebe dir einen Teil meiner Kraft, um den MLG zu entfalten. Du hast völlig recht, Klaus. Wir müssen unsere MLG-Kraft bündeln, um den MLG-Prinz für alle und alle Zeiten zu besiegen. Ich fordere dich hiermit heraus, Pace, mich zu besiegen in einem Kampf um Leben und Tod. Du gegen mich, Mann gegen Mann, MLG gegen MLG. Yo, ihr Lieben, Zuckenshop, wow, Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Leute. Und ja, ihr habt es gesehen im Pre-Intro. Heute werde ich den MLG-Prinz mit meinen MLGs aus seiner Ecke locken, dass er sich nicht mehr hinter seinem kleinen Kasten verstecken kann. Der werde ich zeigen, Pace. Alter, Leute, Pacey hat wieder die alte Wartelobby zurück. Das sieht ja mal richtig, richtig nice aus. Auf jeden Fall viel cooler als diese Wartelobby im Menü. Ja, das ist schön. Aber das wird mich von meiner Mission nicht hindern. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Zack, boom, bang. Zündung. Dir zeige ich's. Wuh! Zack, Junge. Ja, Mann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, über Lava. Aber die Lava machen wir weg. Gönnt ihr! Da drüben ist unser letzter Gegner, Leute. Den holen wir uns jetzt ganz schnell. Jetzt mal ganz langsam, Freundchen, ne? Ganz langsam. Und zack. Ich bin nicht Hardcore-Scheiße. Dir zeige ich's. Ich bin der wahre MLG-Prinz. Nicht du. Und zack. Ja, alter MLG. MLG-Pro, you're on the house. Da hinten ist ein Gegner. Komm her. Wuh! Da frag man sich nachher, dass er sich immer woran gelehnt hat. Und zack. Mann, ich hab einfach noch nicht genug Power-Into's. Ich brauch mehr MLG. Klaus, Gigi Anderson, boosted me! TNT, Holz, Wasser, Druckplatte, MLG-Power! Jetzt hält mich niemand mehr auf. Wuh! Untertitelung. BR 2018 Klaus, Gigi Anderson, danke für eure Kraft. Mit eurer Kraft habe ich Pace gezeigt, dass ich der bessere MLGer bin als er. Leute, ich würde aber sagen, das soll es vor dem Video gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeig es mir in deiner Bewertung. Tja, findet ihr die anderen Videos? Lasst doch gerne mein Abo darüber, würde ich mich sehr freuen. Und dann würde ich einfach mal sagen, haut rein, macht's gut und auf Wiedersehen.